Ich will mit ETFs anlegen und weiß nicht, wie ich anfangen soll. Kann mir da jemand helfen? Ja, mein Lieber, da wird dir sehr wahrscheinlich niemand helfen können, als dass du dir selbst hilfst. Du musst dich da einlesen, musst dich mit der Thematik beschäftigen und idealerweise Videos anschauen und dann vielleicht auf unseren Discord kommen und dich dort austauschen. Aber an die Hand nehmen macht relativ wenig Sinn. Dann stehst du in Krisenzeiten nicht hinter deinem Portfolio. Wenn du immer jemanden brauchst, der dir die Hand hält, um dein Portfolio zu machen und solche Dinge, wirst du auch jemanden brauchen, der dir in Krisenzeiten die Hand hält. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, wirst du sehr wahrscheinlich unruhige Nächte haben. Von daher ist es ratsam, dass du dir das selbst aneignest, aber natürlich immer im Austausch mit Community, mit Videos schauen und so weiter. Ab welchem Betrag sollte man sich überlegen, das Portfolio weiter auszubauen? Also ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, dass es diesen Betrag nicht gibt. Wenn du dich wohlfühlst mit dem Portfolio, wie du es hast, dann kannst du auch weiter dein Portfolio einfach in 1, 2, 3 ETFs strukturiert lassen, so wie du Lust hast. Also es gibt da keinen Zwang. Wir haben ja hier schon einige Portfolios gesehen, es gibt manche Leute, die ein paar 100 Euro auf 20 Aktien aufteilen oder so. Das ist sicherlich aus Kostengesichtspunkten nicht so ratsam, sagen wir es mal so. Und auch aus Gesichtspunkten des, ja wenn ich auf einzelne Aktien setze oder sowas, selbst wenn sich einen verzehnfacht oder meinetwegen sogar verhundertfacht, hat mich das immer noch nicht reich gemacht. Von daher würde ich halt einfach breit streuen mit kleinen Beträgen und später auch mit großen Beträgen. Also die Frage stellt sich meiner Meinung nach nicht. Ich meine, im MSCI World sind über 1600 Werte drin. Was würdest du da mehr machen? Also noch breiter geht es nicht, ja? Außer natürlich andere Regionen, Emerging Markets, vielleicht ein bisschen mehr Europa und solche Dinge. Hey Thomas, ich bespare monatlich den FUZI All World und möchte diesen mal bei 5 bis 50k besparen. Aktuell Core Satellite mit 35k Aktienposition. Gestaffelt je nach Marktlage. Im Anschluss würde ich mir Gedanken über einen weiteren ETF im Portfolio machen. Sinnvoll beziehungsweise bedenken oder sollte ich einfach ein FUZI All World bleiben? FUZI All World gibt es kein Oberlimit. Ja, also du kannst in den FUZI All World auch über 50.000 investieren. Das ist gar kein Problem. Also es hängt immer von deiner Anlagestrategie ab und hat nichts mit der Höhe deiner Anlage zu tun. Entweder bist du eine Core Satellite Strategie, dann fährst du eine Core Satellite Strategie auch über die 50k hinweg. Oder du glaubst nicht an die Core Satellite Strategie, so wie ich zum Beispiel. Und willst nur ein passives Portfolio aufbauen, dann bau dir halt nur ein passives Portfolio auf. Und wenn du dich für ein passives Portfolio entschieden hast, dann musst du dir auch so um welches du möchtest. Also FUZI All World oder doch lieber ein 7030 oder nur MSCI World oder ein Portfolio mit ein bisschen mehr Europa und so weiter. Ich bin recht neu hier und verstehe es noch nicht, wie das mit den Steuern funktioniert. Ich möchte 5000 Euro fix und einen Sparplan 300 Euro sehr wahrscheinlich monatlich anlegen. Zunächst in einen ausschüttenden ETF und ab ca. 20.000 Euro dann in thesaurierende. Sehr smart. Dann nehme ich noch ein paar Jahre einfach das komplette Geld und lege es anders an. Kannst du das nochmal erklären? Danke. Ah, okay, 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 okay. Ich weiß, was du meinst. Wir haben da übrigens auch einen Rechner zu. Hier möchte jemand 5000 Euro anlegen, einmalig und dann regelmäßig 300 Euro per Sparplan, bis er 20.000 Euro angespart hat. Das machst du in der Regel aus steuerlichen Gründen, denn du hast ja 801 Euro Sparerpauschbetrag, die du jedes Jahr kostenlos oder steuerfrei verdienen kannst an Kapitalerträgen. Und an sich genommen, so alleine verglichen, thesaurierend und ausschüttend sind ja thesaurierende ETFs zunächst einmal besser, weil die haben so einen Steuerstundungseffekt. Das heißt, du bezahlst erst ganz am Ende deine Steuern. Das hat man übrigens in diesem Sparplanrechner eben ganz gut gesehen. 0 Euro, aber 1000 Euro, die werden jeden Monat auf die Seite gelegt, zu 7 Prozent, über 20 Jahre. Ja, ich bezahle Steuern, das Ganze ist aber thesaurierend. Also das bedeutet, am Ende wird es erst ausgeschüttet. Da kommen wir hier auf eine Kapitalertragssteuer, die wir zahlen müssen, von 52.000 Euro. Wenn ich das Ganze jetzt aber hier auf ausschüttend umstelle, dann geht der Rechner davon aus, ihr seht hier, also die Entwicklung, das Blaue ist das, was ich einbezahlt habe, das Grüne sind die Kapitalerträge, die ich verdiene. Und ihr seht hier, dass dieser Balken hier ein Stück höher ist als der letzte. Ja, das liegt daran, dass hier beim letzten nochmal ein Stück Steuern abgeknapst wird. Ja, so funktionieren thesaurierende ETFs. Ihr zahlt die Kapitalertragssteuer erst am Ende. Mit ganz kleinen Ausnahmen, aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Und wenn ich auf ausschüttend gehe, dann knapst er mir jedes Jahr ein Stück ab. Ja, jedes Jahr fallen dann Steuern an. Das bedeutet, das Geld ist schneller beim Finanzamt und kann weniger lange für mich arbeiten. Ja, deswegen ist der letzte Balken hier höher als die vorherigen. Da wird also nichts am Ende weggeknapst. Allerdings zahle ich hier in diesem Fall dann 75.000 Euro Kapitalertragssteuer. Ja, also deutlich, deutlich mehr. Obwohl meine Gewinne, also Zinsen insgesamt hier 283.000 Euro sind. Ist immer noch völlig in Ordnung. Ja, wenn wir es nochmal auf thesaurierend umstellen, seht ihr hier nur 52.000. Also das ist der Unterschied zwischen thesaurierend und ausschüttend. Das bedeutet, insgesamt stellt sich ein thesaurierender ETF zunächst einmal besser dar. So, jetzt gibt es aber eine kleine Ausnahme, nämlich die 801 Euro Steuerfreibetrag. Die 801 Euro Steuerfreibetrag habt ihr jedes Jahr frei. Und jetzt können wir uns mal aussuchen und sagen, bis zu welcher Höhe investieren wir in ausschüttende ETFs, um diese 801 Euro jedes Jahr ausgeschüttet zu bekommen und die dann steuerfrei einzukassieren. Somit würde ich dann jedes Jahr meinen Steuerfreibetrag ausnutzen, ohne dass der nutzlos verfällt. Angenommen, ich habe natürlich keine anderen Kapitalerträge. Und das kann man dann hier ganz einfach berechnen. Also Anlagebetrag 20.000 Euro, Ausschüttungsrendite, müsst ihr halt gucken, so ungefähr, wie hoch ist die Ausschüttungsrendite eures ETFs. 2,5% ist nicht so absurd, wenn ich jetzt kein Ausschütter, also kein, sorry, ein Ausschütter ist zwangsläufig, aber wenn es kein Dividenden-ETF ist oder so, so ein ETF, was auf besonders dividendenstarke Werte setzt. Von daher 2,5%, Freistellungsauftrag ist 801, Teilfreistellung kann man mit berücksichtigen. Das ist so ein Spezialfall für Aktienfonds. Genau, und dann kannst du sagen, 45.000 kannst du unter den gegebenen Bedingungen hier investieren, denn wenn du 2,5% von 45.000 Euro nimmst, kommst du auf die 801 Euro, wenn man die Teilfreistellung mit berücksichtigt. Wenn man die Teilfreistellung nicht mit berücksichtigt, liegt der Betrag ein bisschen kleiner, bei 32.000. Und das kann man auch direkt gegenrechnen. 32.000 mal 0,025 sind 800 Euro. Und damit würdet ihr jedes Jahr den Steuerfreibetrag ausschöpfen. Achtung, das kann sich jetzt verschieben, wenn nämlich zusätzlich Kursgewinne hinzukommen, also das gesamte Portfolio wächst, dann werdet ihr auch von einem größeren ausschüttenden ETF 2,5% Ausschüttungsquote haben und kommt dann über die 801 Euro. Das hier ist also wirklich der absolute Maximalbetrag. Anders, wenn wir natürlich in eine Krise kommen, das gesamte Portfolio bricht ein, dann werdet ihr unter die 801 Euro kommen. Das heißt, es ist hier keine präzise Wissenschaft, wo wir genau auf den Euro genau berechnen können, denn wie ihr wisst, schwanken ETFs im Wertjahr, aber das hier ist nur so eine ganz grobe Richtlinie. Angenommen, ihr hättet zum Beispiel jetzt hier nicht 20.000, sondern 200.000, machen wir mal 0 dran, dann müsstet ihr auf den Unterschied zwischen diesen 32.000 und den 200.000, das, was an Kapitalerträgen anfällt, noch Steuern bezahlen von 1.100. Das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen kompliziert, aber das war ja so die Frage gewesen und dieser steuerliche Aspekt finde ich ganz wichtig. Beziehungsweise, ich meine interessant, wichtig ist er nicht, aber er ist interessant. Ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ich persönlich mache diese Optimierung nicht. Ja, muss ich nochmal ganz ernsthaft dazu sagen, das ist mir viel zu viel hin und her. Ich meine, ich habe ja ein paar Mal gezeigt, welche ETF ich habe. Ich habe den MSCI World von HSBC, der ist ja ausschüttend, quartalsweise sogar. Und da bin ich auch über diese Freigrenze hinaus und muss ich halt meinen Steuern bezahlen, stört mich aber jetzt nicht so sehr, als dass ich das umstellen würde. Und der andere, mein Emerging Markets ist thesaurierend. Es macht im Großen keinen Unterschied, ob Accumulative oder Distributing. Doch, doch, es macht schon einen Unterschied. Also ich meine, du kannst es ja durchrechnen, ja. Du hast an sich, hast du ja diese Vorabpauschale, ja. Aber diese Vorabpauschale ist ja derzeit so gering, beziehungsweise für dieses Jahr wird der Bundesbankzins sogar negativ sein, sodass diese Vorabpauschale keine Anwendung findet. Ich hoffe, dir hat dieses Überflussvideo gefallen. Wenn du weitere Clips und Videos sehen möchtest, dann schau doch mal hier oder hier. Und wenn du die Highlights aus unseren wöchentlichen Twitch-Streams nicht verpassen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall Überfluss abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.